Was hat der hier? Nee, da würde ich nur gerne mehr Munition für haben. Was gibt's hier? Ein Hammer gibt's hier. Sehr schön. Da ist noch irgendwo einer. Und. Tschüss. Stellen wir mal lieber auf Einzelfeuer, das ist mir gerade lieber. So wie die das da oben befestigt haben, muss das wichtig sein. Was ist das, Rad? Ich bin doch mal vorbei hier. Ah, jetzt stehe ich auf dem Tisch. So, da muss ich irgendwie hin. Dieses Häuschen da vorne. Gehen wir doch da mal hin. Die sehen mich nicht. Tarnfeld aktiviert. Gehen wir doch hier mal rein. Boah, die haben auch alles verbarrikadiert. Hier kommst du nicht durch. Komm ich denn jetzt hier rein? Nö. Tarnfeld aktiviert. Weit genug. Und ein hässliches Bild. Okay, dann müssen wir also zur Schule. Holz doch nicht alles kaputt hier. Das bringt doch nichts. Was feuert ihr da überhaupt? Ich bin doch schon gar nicht mehr da. Egal. Gehen wir das mal weiter. Lass uns wieder mal ein bisschen Amok laufen, den guten. Da ist noch irgendwo einer. Nehmen wir mit. Ist der immer noch am Amok laufen? Ja, ja. Ist klar. Nö. Nö, du siehst mich nicht. Kein Stück siehst du. Dann rück mal vor. Das ist schön, dass du kommst. Reflex-Visier, Sturm-Visier, Visier, Sturm-Visier. Okay. Den wollte ich doch gar nicht. Den wollte ich. Äh, Schalldämpfer. Taktischer Aufsatz. Das ist Sturm-Visier. Ach, das kann man auch mit Sturm-Visier? Das ist ja mal lustig. Hat aber nicht, liegt aber nicht so gut in der Hand, muss ich sagen. Okay. Finde mich mal. Oh, was ist hier denn kaputt? Komm raus, Feigling! Wolltest du dich hier versteckt, du Ars? Raketenwerfer. Oh. Das ist ja schon fast... ...und ich hier... ... ... ... Wo ist die Sau? Sonig, mein bester Sonig. Ja, das gefällt. Da kann man das Visier von dem Präzisionsgewehr runternehmen und auf die anderen Dinger packen. ... ... ... ... ... ... Oha. Ja, sag bloß. Tja. 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 Wo ist der Rest ihres Teams? Wittowski ist tot. Die anderen sind noch an der Ausgrabungsstätte. Höstlich vom Helipad über den Wasserfällen. Helfen Sie ihnen. Sie haben keine Ahnung, was Sie gefunden haben. Können Sie uns hinbringen, Schätzchen? Sorry, Schätzchen. Aber ich gehe nicht zurück. Ich bin froh, dass ich noch am Leben bin. Na denn? Bleib doch hier im Verrück. Wir haben Rosendal überwacht. Er hat im Dschungel eine Statue freigelegt. Nur, das ist keine Statue. Sie hat begonnen, ein Signal zu senden. Es hat uns zu einem Komplex im Berg geführt. Rosendal hält ihn für den Beweis einer untergegangenen Zivilisation. Wir sind nicht so sicher. Was kommt denn jetzt an? Ich glaube, wir haben es aufgeweckt. Sie haben vermutlich nicht viel Zeit. Holen Sie Rosendals Team da raus und sichern Sie diese Insel. Alles klar. Und egal, was für ein Ding das ist. Die Koreaner dürfen es nicht bekommen. Ich störe ja nur ungern, aber Sie kriegen Besuch. Eine Panzereinheit nähert sich Ihrer Position. Verschwinden Sie schnell. Darf also die ganzen Raketenwerfer? Bringe Mataharian einen sicheren Exfiltrationspunkt. Na dann. Gehen wir erstmal aufs Dach. Panzer? Panzer. Zwei Panzer. Ich muss hier mal ganz schnell weg. Danke. Das ist der scheiß Raketenwerfer. Da ist der scheiß Raketenwerfer. Aha. Weg schaffen kann. Kein Problem. Kriegen wir hin. Waren hier die Dinger? Da waren die Dinger. Na dann. Nächsten Panzer. Neues Glück. Panzer aktiviert. Energie kaltisch. Wo ist der Panzer? Aktualer Panzer. Panzer? Panzer aktiviert. Panzer? Panzer. Was? Der hält ja mehr aus. Verdammt. Dann muss er nochmal eben zurück. Holen wir uns noch einen Raketenwerfer. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzer. Gehen wir nochmal aufs Dach. Vielleicht kriegen wir den von da irgendwie besser erwischt. Wow. Tarnfeld aktiviert. Was ist denn die Sau? Da ist die Sau. Aha. Sehr schön. Okay. Alles klar. Ich rücke vom... Ich rücke zum... Und vom Treffpunkt vor. Ich rücke sie ja gar nicht hier. Ja. Ich rücke sie ja gar nicht hier. Mal kann ich dich jetzt mal endlich erlegen da oder was? Das ist ja fürchterlich hier. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Wo bist du? Da bist du. Ah, verdammt. Haben sie mich doch erlegt. Hm. Dumme Sache das. Äh. Den können wir ja auch mal benutzen hier. Treffpunkt ist da hinten. Alles klar. Ja, wo ist denn der Kerl? Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Kommt aus und kämpft, Amerikaner. Machen wir uns erst mal ein bisschen freie Bahn hier. Sag bloß. Gehen wir mal hier rum. Was halten wir eigentlich so viel aus? Eure Kollegen vorhin waren nicht so gut gepanzert. Oh. Shit. Hab ich mich selbst gesprengt? Verdammt. Okay. Lustig, lustig. Tarnfeld aktiviert. Aktfeld tarnfiniert. Gehen wir mal hier rüber. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Ähm. Ich geh mal weg. Jetzt räume ich die Bande mal von hinten auf hier. Das klingt irgendwie falsch. Erst mal weg. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ist mir hier zu viel los. Ich geh weg. Kloppt euch mal da hinten weiter mit irgendwelchen Leuten, die ihr nie seht. Maximale Panzerung. Kann man den auch fahren hier, den Bagger? Das wäre ja auch mal ganz lustig. Hallo, kann man Bagger fahren hier? Ich würde gerne Bagger fahren. Kann man nicht. Schade. Hm. Ab zum Treffpunkt, würde ich sagen. Hier ist Zeiko. Bin mit der Geisel unterwegs zum Exfiltrationspunkt. Alles klar. Zeiko. Melden Sie sich, wenn sie in Sicherheit ist. Maximales Tempo. Na dann mal weiter. Da ist keiner drinnen. Hier geht's hoch. Ja, ich bin gleich da. Okay. Bin unterwegs. Ja dann, komm, zeig mir die Karte. Mach hier nicht Bildschirm kleiner, zeig mir, wo ich hin muss.